Vertrauen ist das Wichtigste und das kann man tendenziell nur über solche informellen Kanäle wirklich entwickeln. Was, wo ich noch draufsetzen wollte, weil du vollkommen recht hast, aber für die die One-on-One-Gespräche vielleicht ein bisschen neuer sind. Also die Idee war, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die Agenda vorgibt für den konkreten Termin, wo das ja zwei Vorteile hat. Und erstens, der Termin kann relativ leicht unter Anführungszeichen abgesagt werden, nämlich nicht etwas, was wirklich unangenehm ist von der Führungskraft, sondern vom Mitarbeiter. Wenn sie einfach sagt, du, heute die Woche habe ich irgendwie nichts, passt, wenn wir es absagen. Und wenn nicht, kriegst du eine wunderbare kleine Agenda und beide können sich ein bisschen darauf einstellen. Und dann glaube ich auch eben, dass du dem entgegenwirken kannst, diesem, was du gerade gemeint hast, was passieren könnte, wenn man sich irgendwie ungeschickt anstellt, diese überwacht und überprüft werden Situation. Weil die Inputs ja vom Mitarbeiter kommen, er festlegen kann, um was es gehen soll. Und sozusagen das ganze Gespräch eben nur einen Rahmen hat, dass es überhaupt da ist, dass es die Möglichkeit gibt und dass die Inputs am besten vom Mitarbeiter und der Mitarbeiterin kommen.